hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die anderen ticket und heute habe ich das spiel afk arena ich habe es gestern schon gespielt und heute werde ich es wieder spielen warum keine ahnung weil das spiel mir sagt ich soll jetzt spielen 8 musik am machen weiter komme ich doch noch gar nicht so es fängt schon mal gut an mit den schönen kleinen oder schönen kleinen schöne kleine niederlage so ok wir haben jetzt hier die dailies die werden wir jetzt machen vor einem boss heraus naja erst was haben wir die anderen sachen ein hier wenn es ok muss aber hier und hier staub blitzbelohnung eingesammelt eine taverne 4700 ich kann zehn beschwörungen machen da finden wir noch fünf herzen aber ich glaube ich brauche gar kein beschwörungen da fangen wir jetzt von vorn an vor einem boss heraus das wäre da oben das wäre dann da oben steigerein heldenlevel einmal wow stand against me okay ja da 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 Ich verbessere eine Ausrüstung. Einmal. Okay. Das werden wir auch hinkriegen können. Weil wir haben hier zum Beispiel. Verbessern. Und eins. Und bestätigen. Verbessert. Wunschliste. Nein. Das will ich nicht machen. Beschwöre eigenen Heldinnen in der Taverne. Ach. Muss ich also doch machen. Dann machen wir jetzt die Mega Beschwörung und beschwören 10 Stück. Bam. Au 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 au. Was ist dahinter? Scheiße. Scheiße. Okay. Ein blauer. Ach. Scheiße. Scheiße. Noch ein blauer. Ist der auch blau? Oh. Den haben wir schon. So ein Mist. Oh. Ja. Oh. Oder. Oder? Ja. Der mag? Ja. Mm. Kennt er auch nichts. Gut, jetzt haben wir ihn viermal. ja die brauchen wir nicht da jetzt kommt der hier noch und nochmal 10 level weiter und nochmal 100 diamanten ich werde jetzt später die noch mal klein machen und bei denen habe ich ja jetzt ein episch episch ist doch schon ein bisschen besser wie normal wow gut dann müssen wir erstmal hochspielen bis zum boss ok ist ja noch was also gewaltverheizung und direkt in der da für rein und man macht so ja 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 Kleine Quest besagt, bis sie einen Boss oder vordere einen Boss heraus. Ok, und zum nächsten... Mensch, heute sind wir aber schnell unterwegs. Oh mein Gott, der Elite ist voll und lustig, ist auch schon fertig. Oh, der erste ist down. Zweite down. Oh, der erste ist eine Heilung. Oh, das war's schon. Gut. Leute, wir sind schon fertig. Das freut mich. Dann jagen wir das hier noch einmal schnell durch. 29,29, 29,69 bestätigen. Ah, die habe ich ja gerade genommen. Die werde ich jetzt nicht nochmal nehmen. Und Marenia. Marenia. Ja. 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 Ich bin. Ich bin. Ja. Ja. um doch nicht ich glaube ich habe das Auge gestattet Ich habe noch volles Leben, also Angriff. Oh, guck mal, da ist der Charakter, der, was war das, 53 Euro kostet. Warum soll man sich denn kaufen? Und meine eine Frau hier, die in der Mitte, die Magierin, die braucht wieder Heilung, sie hat keine Heilung mehr, kein Problem. Da ist einmal der Brunnen, gleich weiterhüpfen. Zum nächsten Kampf. Das kommt aus. Da ist er. Nice, nice, nice. Und erhöht Gesundheit. Das kommt aus. 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 Das war's für heute. Ich probiere immer für alle was zu nehmen, damit jeder was von hat. Ich nehme mal auf Vorsicht, jetzt habe ich noch einen anderen mit. Falls einer sterben sollte, ach Mist, da kommen wir mal das mit. Was kaufen wir denn? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Für who? Heilung. Für heute. 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 Das war's für heute. Oh, oh. 2 down, 3 down. Nein. Dann noch einer da. Scheibenkleister. Jetzt ja. Brauche ich dringend. 3 neue Kämpfer. Oh, oh, oh. Der heilt nur, aber der belebt keiner. Und dann muss ich jetzt den nehmen. Das sieht aber jetzt ganz übel aus. Der erste Tod von mir. Zweite, dritte Tod. Vierte Tod. Eine Tod. Ja, dort war's. Warte, komm ich da nicht. Voll versagt. Auf ganzer Linie. Aber kein Problem. Noch eine Schriftrolle habe ich. Hätte ich für Mauer aufnehmen können. Egal. Ja. Ja. Okay. Ja gut. Taris, Daddies habe ich alles abgeschlossen. Und ich würde mal sagen, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich musste erst noch mein Ticket abholen. Aber Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann, bis dann. Viel Spaß.